Er hätte es besser wissen sollen. Wenn man was klaut, sollte man sicher gehen, dass man entkommt, oder? Ich hätte... Sie sind tot! Sie sind alle tot! Wovon redet er überhaupt? Beruhige dich. Wer ist tot? Die ganze Crew. Alle 76. Ein scheiß Eindringling hat sie getötet. Alle! Mist. Weiß es der Boss? Ja. Er will uns dir alles sichern. Geht zum Tor. Okay. Verstanden. Es ist alles ab. Lass niemanden durch. Das kann nicht stimmen. Dass die Crew tot ist? Ich glaube nicht, dass Eindringlinge sie alle erledigt haben. Was denn doch? Vielleicht kommt das Militär zurück. Sei kein Idiot. Das Militär interessiert sich nicht hierfür. Hör mal. Wenn überhaupt, waren das Eindringlinge. Wir erfinden sie. Wie immer. Hoffentlich. Hey, siehst du das? Oh, du Scheiße! Oh, nein! Oh, 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 oh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Was soll's denn? Mist, kein Essen. Heute ist ein paar Schuhe. Wir haben nichts. Gehen wir. Wir hätten nichts tun können. Ich weiß. Aber... Oh, Mann. Gehen wir zur Brücke. Okay. 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 Ich dachte, Sie hätten es aus der Stadt geschafft. Jetzt müssen wir noch die zwei auf dem scheiß Fick abfinden. Das muss eine ganze Armee sein. Wie haben Sie es geschafft? Wenn man das hört, wir müssen haben die Angst. Du musst trotzdem Wasser bleiben. Das war ein Kompliment. Okay. 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 Und jetzt fühle ich mich. Ja, da fahren Sie gerade durch. Vielleicht können Sie sie auch scheuchen. Ich hoffe, dass Sie einbringen in die Sicht. Sie müssen ja irgendwo auftauchen. Das wird vor deinem Kürtenkrank. Missed. Das wird vor deinem Kürtenkrank. 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 Was war denn das? Wer ist da? Umzingeln! Mist. Das war verdammt knapp. An den Rand des Universums und zurück. Ertragen und überleben. Wie bitte? Sam Starlight. Der Komitee, die ich hier lesen habe, der vergräbt nach einer großen Schlacht. Kämpfen und leben. Ja. Okay. Na bitte. Ja. Ich lege das. Ja. Mann, das war wohl das Ende dieser Zone. Ja, in jedem Kampf gibt es Verlierer. Oh, wenn Sie Familie haben? Jeder hat eine Familie. Denk nicht darüber nach. Okay. Komm schon! Na bitte! Ich habe in sowas gewohnt. Quarantänezone in Boston. Gehen wir durch die Gasse. Oh, der verdammte Truck. Schon gut. Bleibt nur in Deckung. Scheiße! Ich sehe ihn! Wir schießen wieder auf uns. In seiner Art Geschützturm. Bleib unten. Oh, scheiße. Oh, Mann. Joe, hast du das gesehen? Ich glaube, sie sind weg. Oh, scheiße. Ich seh' einen Weg. Geh' ein Weg. Geh' einen Weg! Wer ist? Er ist okay. Sie sehen uns nicht. Verdammt! John! John, hör an! Dad! Lass ihn in Ruhe! Ganz ruhig. Jetzt nicht schießen. Ist okay. Das sind nicht die Bösen. Nimm sie runter. Mann, schlägst du Hartz. Ich wollte dich ja auch erledigen. Ja, ich dachte auch, du gehörst zu denen. Dann hab ich dich gesehen. Falls ihr es nicht wisst, bei denen sind nie Kinder. Nur die Stärksten überleben, du weißt schon. Du blutest. Ach, das ist nichts. Ich bin Henry. Das ist Sam. Die Kleine sagt, dein Name ist Joel. Ellie. Wie viele Leute seid ihr? Die sind alle tot. Das wissen wir nicht. Wir waren zu mehreren. Jemand hatte die tolle Idee, in die Stadt zu gehen. Vorräte suchen. Die Wichser haben uns überfallen. Haben uns gejagt. Jetzt versuchen wir nur noch hier rauszukommen. Zusammen können wir das schaffen. Ellie. Je mehr, desto besser und so. Sie hat recht. Das könnte was werden. Wir haben ein Versteck ganz in der Nähe. Besser, wir reden dort weiter. Okay, bring uns hin. Billion. próxima.